Okay, Passa Leute, herzlich willkommen bei Iron Mike Bodybuilding. Heute gibt es ein Update zu meinem TRT-Coaching. Wie läuft das Ganze ab im Detail und wie es bis jetzt einfach in der Praxis schon umgesetzt wird. Let's go! Es ist noch nicht allzu lange Zeit vergangen, seitdem ich kommuniziert habe, dass ich für mein TRT-Coaching jetzt mit einem Arzt zusammenarbeite. Im gleichen Video habe ich auch kommuniziert, dass ich das gerne zu einem Netzwerk ausbauen würde. Daraufhin haben sich einige Ärzte gemeldet. So kann ich jetzt schon mal updaten, dass wir mittlerweile mit zwei Ärzten in Köln zusammenarbeiten, in NRW und mit zwei Ärzten in Berlin, was schon mal ein großer Anfang ist. Es melden sich immer mehr. Es ist schwierig, die Kontakte herzustellen und dann wirklich erstmal auszuloten, wer möchte was machen und wer geht wie weit. Und wir müssen einfach von Anfang an eine Richtlinie festlegen und diese Richtlinie ist, wir wollen nicht mit Nebido behandeln, wir wollen nicht mit Testogel behandeln. Unsere Behandlungsweise ist in Antat zweimal die Woche und in der Regel so circa 125 Milligramm über die Woche. Das ist unsere TRT. Und ich wollte euch hier nochmal, weil ich merke, dass das bei den Anfragen immer ein bisschen unklar ist, einen möglichen Ablauf dieses TRT-Coachings zum Besten geben, sodass ihr ungefähr wisst, was da auf euch zukommt. Bevor ich anfange, wie gesagt, der Aufruf ist noch nicht lange her. Wir haben seitdem sehr viele Anfragen bekommen, haben die auch alle bearbeitet. Ich habe mittlerweile auch zwei Mitarbeiter, die sich zum Beispiel um Erstkontakte kümmern, aber die Gespräche laufen im Endeffekt dann meistens noch mit mir ab. Und ich kann jetzt auch voller Stolz sagen, dass in letzter Zeit schon die ersten Leute wirklich ihre Rezepte abgeholt haben. Das heißt, es hat funktioniert, die Rezepte werden abgeholt in der Apotheke und sie können das Testosteron mit nach Hause nehmen und sich selbst injizieren, nachdem sie von uns nochmal quasi unterwiesen wurden. Und natürlich mit meiner Betreuung im Hintergrund, man kann mich jederzeit fragen und ich stehe immer zur Verfügung. Das ist etwas, das hat mich sehr, sehr gefreut, denn die Idee hat eine Weile gereift, dann hat die Umsetzung ein bisschen gebraucht und jetzt zu sehen, dass die ersten wirklich schon ihre Rezepte haben und in die Umsetzung gehen, ist einfach toll. Denn bei uns melden sich wirklich Leute, die das auch brauchen. Wir sind extrem weit entfernt davon, Doping-Ärzte zu suchen. Das ist das Letzte, was wir wollen. Hier schreiben immer wieder Leute, ja ich kriege meine 250 vom Arzt, ist alles schön und gut, so jemanden suchen wir gar nicht. Wir wollen Menschen helfen. Beim THT-Coaching geht es darum, Leuten, die einen diagnostizierten Mangel haben, Testosteron in der Therapie zur Verfügung zu stellen. Und das ist das Allerwichtigste, was ich hier nochmal herausheben möchte. Leute, es gibt ein Performance-Coaching von mir, das Online-Coaching oder das Wettkampf-Coaching. Da darf jeder, der in Anführungsstrichen einfach dopen möchte, eine Bewerbung hinschreiben und wir werden das im gesundheitlich vertretbaren Rahmen machen, sofern wir der Meinung sind, dass dein Körper in der Position dazu ist. Das heißt, das ist das ganz normale Online-Coaching. Ich möchte niemandem verbieten, der sagt, ich möchte für meine Zwecke einfach Steroide nehmen, um zu testen, wo meine Grenzen sind. Das ist aber eine ganz andere Sparte. Dadurch, dass sich immer mehr Leute gemeldet haben und gesagt haben, Mike, kannst du mich denn nicht mal einstellen, weil mein Arzt macht das nicht anständig, du hantierst ja sowieso damit rum, habe ich mich immer mehr auch in diese Sparte begeben. Und dadurch ist das THT-Coaching erst entstanden. Ich mache das schon seit Jahren. Nur jetzt haben wir es erst offiziell auch mit ärztlicher Betreuung gemacht, weil auch das im Hintergrund etwas Zeit gebraucht hat. Und wie gesagt, für jeden, der Interesse daran hat, hier geht es wirklich nur darum, festzustellen, ob du einen Hypogonalismus hast oder jede andere Form von Testosteronmangel und dafür wird eine Laboruntersuchung notwendig sein. Nur wenn du einen diagnostizierten Mangel hast, den wir so sehen, wirst du die Therapie bekommen. Es gibt also keine Möglichkeit, nur weil du einfach entschieden hast, ich fühle mich heute schlecht, ich will Testosteron, so läuft das nicht. Also wir werden auch wirklich testen, ob du das hast und es läuft, anders als bei anderen Ärzten, bei uns auch etwas genauer ab. Oftmals wird dir nicht zugehört. Es ist oft so, dass du dem Arzt erzählst, wie schlecht es dir geht, du einen Hormonwert bei ihm machst, du auch im Blutbild selbst siehst, wenn du es überhaupt sehen darfst, dass deine Werte sehr niedrig sind. Der Arzt aber den Trick nutzt, dass du gerade noch in der Referenz bist und er zu dir sagt, ach komm, ist da noch drin, ist doch alles schick. Das sind Geschichten, die ich die ganze Zeit höre. Wir sind da etwas anders. Wir suchen verschiedene Parameter, wie zum Beispiel den Zusammenhang aus freiem Testosteron und Gesamttestosteron und prüfen dabei eingehend, wie es dir geht. Es werden Gespräche mit dir geführt, es wird auf bestimmte Symptome geachtet und es wird natürlich auch darauf geachtet, wie du rüberkommst. Denn, wenn man das so sagen darf, wir kennen unsere Pappenheimer auch. Man merkt, wer sich Stoff erschleichen will und man merkt, wer Probleme hat. Und es geht hier wirklich darum, dass man gerade, wenn man das so offiziell kommuniziert wie wir, man absolut gar nicht in die Verlegenheit oder irgendwie in den Ruf kommen möchte, dass man des Dopings betitelt wird, was das angeht. Das soll eine ernsthafte Sache sein. Und das ist mit das Allerwichtigste. Es geht darum, dass wir feststellen, ob du einen Testosteronmangel hast. Und glaub mir eins, wir sind deutlich wohlwollender, als es die ganzen anderen Ärzte sind. Das heißt, wenn du es bei uns in der Diagnose nicht bekommst, wirst du es nirgendwo bekommen. Das muss man halt wirklich sagen. Wir achten auf sehr viele Dinge. Und das Coaching selbst beinhaltet auch deinen Lifestyle, den wir angehen müssen. Die beste Hormonsubstitution bringt nichts, wenn du ein Leben führst wie ein Mülleimer. Das ist einfach ein Fakt. Wenn du dich scheiße ernährst, dein Körperverdanteil hoch ist, du kein Training machst, deine Insulinsensitivität schlecht ist, sowie deine Cholesterinwerte und weiteres, wird es sogar so sein, dass die Substitution von Testosteron dies verschlimmern kann. Das bedeutet, wir werden gleichzeitig an einem Lifestyle arbeiten müssen. Wenn das für dich keine Option darstellt, ist dieses Coaching nichts für dich. Denn da komme auch ich nochmal ins Spiel. Viele haben sich gefragt, wofür braucht man Mike? Es ist eine ganz einfache Sache. Diese Coaching ist eine Zusammenarbeit von mir und den Ärzten, wobei ich tatsächlich Training, Ernährung und Lifestyle optimiere und gleichzeitig auch die Blutbilder auswerte, sowie auch eine Diagnose mit dem Arzt zusammenstelle. Wenn wir uns bei dieser Diagnose einig sind, geht es in die Therapie. Vom Arzt kommt das Rezept für das Testosteron nach der Diagnose, plus die Möglichkeit auf regelmäßige Gesundheitschecks, bei denen der Arzt und ich uns beraten und ich in Zusammenarbeit mit ihm entsprechende Änderungen, zum Beispiel am Stoffplan oder eben auch am Supplementplan oder an der Ernährungsweise vornehmen. Das heißt, das ist eine Hand-in-Hand-Arbeit, wobei ich das meiste erledige und die Ärzte sich als Kooperationspartner angeboten haben, um das Rezept zu stellen, wenn es notwendig ist. So musst du dir das vorstellen. Und genau deshalb läuft das über das Coaching. Und jetzt eine kurze Information darüber, wie dieses Coaching abläuft, weil viele das scheinbar einfach noch nicht ganz verstehen und es ist auch in Ordnung. Es ist viel Information, es ist zwar wirklich alles auf der Seite, wirklich alles aufgelistet, aber ich merke immer, dass die Leute Anfragen abschicken, ohne sich das Ganze durchzulesen. Bitte lest euch die Informationen auf der Seite durch. Aber ich möchte nochmal von ganz vorne anfangen. Wenn du den Verdacht hast, dass du einen Testosteronmangel hast, dann informiere dich auf der Seite über den Ablauf und die Konditionen des Coachings. Wenn du dich für ein TRT-Coaching bewerben möchtest, empfiehlt es sich, wenn du schon mal ein Blutbild zur Hand hast. Du beschreibst deine Symptome und hast ein Blutbild zur Hand, bei dem das freie Testosteron und das Gesamttestosteron ersichtlich sind. Erstmal reicht das. Dieses Blutbild reichst du nach der Antwort, die du auf deine Bewerbung bekommst, direkt mit ein. Dieses Blutbild wird im Vorfeld gecheckt. Und dann werden wir einen Anruf zusammen haben, in dem du nochmal deine Symptome schildern kannst und mir deine ganze Geschichte erzählen kannst. In der Regel werde ich das auch sein, der mit dir spricht. Nachdem wir das getan haben, gebe ich dir die Möglichkeiten auf. Für uns ist folgendes wichtig. Ins TRT-Coaching kommst du oder die Anfrage stellst du, wenn du dich schon entschieden hast, etwas zu ändern. Das heißt, du hast die Symptome, du bist fest davon überzeugt, dass du einen Mangel hast und du möchtest etwas ändern. Deswegen kommst du zu uns und deswegen kommst du ins Coaching. Im Coaching selbst wird dann einfach herausgefunden, wie wir das Ganze angehen. Dafür haben wir drei Wege. Der erste Weg ist, dass der Arzt und ich uns einig sind und du einen diagnostizierten Mangel hast. In diesem Fall würdest du das Ganze auf Rezept bekommen und die Behandlung vom Arzt und mir würde so verlaufen. Es kann aber auch sein, dass deine Werte tatsächlich so weit oben sind, dass man das Ganze einfach nicht verantworten kann. Hier geht es auch darum, dass der Arzt seine Approbation nicht verlieren darf. Und man muss auch immer die Kirche im Dorf lassen. Manchmal kommen deine Symptome vielleicht irgendwo anders her. In diesem Fall greift das TRT-Coaching, wie es früher einmal war. Da habe ich es auch ohne Arzt gemacht. Du bist im Endeffekt ein erwachsener Mann. Ich werde dich aufklären und werde dafür sorgen, dass dein Lifestyle, dein Training und deine Ernährung alles für die Gesundheit garantieren. Und wenn du dann immer noch die Entscheidung getroffen hast, dass du substituieren möchtest, dann bleibt wie früher eben der Weg, dass du dir das besorgst und anständig eingestellt wirst. Der Arzt ist trotzdem mit dabei, um deine Gesundheit zu checken und eventuelle Medikamente zu verschreiben, wie Statino oder Aromatase-Hämmer, egal was du brauchen wirst, um deine Gesundheit zu gewährleisten, wenn diese Entscheidung getroffen wurde. Also auch dieser Weg existiert noch. Und als allerletzten Weg gibt es noch einen, den die meisten gar nicht für möglich halten, aber es funktioniert, es dauert nur meistens etwas länger. Wir können mit viel Aufwand den richtigen Supplements, den richtigen Lifestyle, den wir ändern, Stressmanagement und eben dem richtigen Training, Ernährung und dem Körperverdanteil, der dem Ganzen zudienlich ist, dein natürliches Testosteron über längere Zeit deutlich verbessern und anheben. Das ist eine Therapie, die dauert länger, aber auch diese ist möglich im THT-Coaching. Das THT-Coaching ist insgesamt ziemlich aufwendig. Viele Gesundheitschecks, viel mehr Bezug auf Lifestyle in Bezug auf Sport, während beim Performance-Coaching quasi so eine Art Friss- oder Stirb-Mentalität gilt, ist es beim THT-Coaching eher so, dass wir versuchen, das Training und die Ernährung deinem Lifestyle anzupassen, damit du weniger Stressfaktoren hast, aber gesundheitlich und körperlich profitieren kannst, sodass das Ganze mit den Hormonen zusammen super zusammenarbeiten kann. Das ist im Endeffekt das THT-Coaching. Ziel des THT-Coachings ist es, dass du nach einem halben Jahr eingestellt bist, weißt, wie du bestimmte Blutbilder zu deuten hast und theoretisch sogar alleine weitermachen könntest. Das heißt, ich versuche dich in diesem Jahr so intensiv zu betreuen und auch so vorzubereiten, dass du das Ganze dann mit dem Rezept des Arztes weiterhin alleine weitermachen kannst. So ist das THT-Coaching gedacht. Deshalb informiere dich bitte auf der Seite darüber, was das THT-Coaching genau macht. Wenn das Ganze cool für dich ist, schreib eine Bewerbung, mach dir tatsächlich vielleicht schon mal das Blutbild bereit und sei bereit, dieses dann auch direkt mitzuschicken. Wenn du eine Antwort bekommst, dann werden wir darüber sprechen. Und für uns ist wichtig, dass du dich schon entschieden hast, was zu ändern. Denn erst im Coaching wird entschieden, wie wir das ändern. Wie gesagt, wenn du von unseren Ärzten die THT nicht bekommst, wirst du sie wahrscheinlich nirgendwo bekommen. Und dann hast du vielleicht gar nicht den direkten diagnostizierten Mangel, den du glaubst zu haben. Dann gibt es immer noch mehr als genug Möglichkeiten, dir zu helfen. Zu guter Letzt möchte ich mich nochmal bei den Ärzten bedanken, die sich bisher schon gemeldet haben. Ihr werdet demnächst sehen, dass auch Kooperationen zustande kommen werden, die ein bisschen öffentlicher sind. Und da freue ich mich auch schon sehr drauf. Ich bin im Gespräch mit vielen und es verspricht, eine sehr große Sache zu werden. Und wir sind jetzt schon in der Lage, einigen zu helfen. Denn wie gesagt, die Ersten haben schon ihre Rezepte und sind in Behandlung. Danke für die riesige Aufmerksamkeit, was dieses Thema angeht. Bitte Bewerbungen für das THT-Coaching nur über meine Seite. www.coachironmic.com Schickt eine Anfrage aufs THT-Coaching. Bitte nur, wenn ihr sicher seid, dass ihr das machen wollt. Lest euch vorher gut durch, was die Konditionen sind, was ihr bekommt, was es kostet und wie das Ganze abläuft. Alles ist dort ersichtlich. Dann schickt eine Anfrage ab und dann werden wir bald darüber miteinander sprechen. Ich freue mich drauf. In diesem Sinne, vielen lieben Dank für die Aufmerksamkeit auf dieses Video auch. Und schaut auf der Seite vorbei, wenn euch das Ganze interessiert. Und wir sehen uns das nächste Mal bei Ironman Bodybuilding. Wir sehen uns das nächste Mal bei Ironman Bodybuilding. Vielen Dank.